Mit einer sinnlichen Rumba und einem kraftvollen Quick-Step hat das Tanzduo Anna Ermakova und Valentin Lusin die Let's Dance Weihnachtsshow gewonnen. Damit schließen sie das Jahr erfolgreich ab, schließlich konnten sie sich bereits in der regulären Staffel den Sieg holen. Anna Ermakova, 23, ist Gewinnerin der Weihnachtsshow von Let's Dance. Gemeinsam mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin, 36, schaffte sie es am Freitagabend die Jury zu überzeugen und gleich zweimal die volle Punktzahl zu erreichen, wie der Sender RTL berichtet. Große Begeisterung über Ermakovas Talent Im ersten Durchgang zeigte das Tanzpaar eine sinnliche Rumba. Das müssten 30 Punkte für jeden sein von uns, also 90, kommentierte Juror Joachim Jambi, 59. Die anderen beiden Jurymitglieder waren ebenso von der Performance begeistert und verteilten jeweils 10 Punkte. In der zweiten Runde legten Ermakova und Lusin einen Christmas-Quick-Step auf die Bühne. Auch hier waren die Juroren völlig hingerissen. Du tanzt wie ein Profi, meinte Jorge Gonzalez, 56, zu der 23-jährigen. Mozi Mabuse, 42, stimmte ihrem Kollegen zu. Das ist wie Broadway, sagte sie über Ermakovas Auftritt. Let's Dance Doppelter Gewinn für das Tanz-Team Für das britische Model und den Tänzer war das ein richtiger Erfolg. Schließlich konnten sie auch in der diesjährigen Let's Dance-Staffel den ersten Platz ergattern. Damit werden sie als zweifache Sieger auf das Jahr 2023 zurückblicken. Im vergangenen Jahr wurde Rurik Gislason, 35, zum Christmas-Dancing-Star 2022 gekürt. 2021 holte sich der Ex-Fußball-Profi den Let's Dance-Sieg.